Vom Nachteil wird es sicherlich vielleicht irgendwo nicht sein, da sie sicherlich Ausfälle haben, die vielleicht aus ihrer Sicht irgendwo schwerwiegend sind. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben sie einen sehr, sehr guten Kader und auch die, die hinten dran stehen, sind vom Weltklasse-Format und spielen eine gewisse Rolle in ihren Vereinen und das nicht irgendeine. Und dementsprechend wird es für uns auch so sehr, sehr schwer, dass sie die Qualität besitzt, ein Spiel zu entscheiden. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wie man ihn verteidigt, natürlich schwierig, bis wenn er einen sehr guten Tag erwischt, gar nicht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da als Mannschaft in der Defensive agieren, müssen da zusammenhalten. Oder auch voll dagegenhalten. Und dass es möglich ist, hat man es schon ein paar Mal gesehen, aber wie gesagt, sicherlich nicht einfach.